So, hier ist auch keine Anomalie oder so, nee. Okay, Jungs. Dies ist die Tür, die nach D6 führt. Was ist das? Scheiße. Ist das hier dunkel? Oh, macht euch denn die Höschen hier. Na dann mal los. Da werden wir doch alle Taschenlampe und dieses komische Ding hier. Die Katakomben. Das Chaos des Tunnels war hinter der Luftschleuse eingeschlossen. Sie schienen unverwundbar zu sein. Und meine Kameraden ebenfalls. Tja, wenn wir doch unverwundbar sind, dann gibt es auch... Okay, wir sind durch. Machen wir das hier schnell. Ullmann, Sie übernehmen das Sturm-Team. Boris und Stepan entdeckt den Komiker. Artyom und Wladimir, ihr bleibt nah bei mir. Okay, legen wir los. Los, los! Das sieht aber lustig aus. Schade, dass es kaputt ist. Was ist kaputt? Verdammt! Frei! Warum so eilig, Obers? Wie wäre es mit einer Raucherpause? Wir sind so furchtbar nervös. Die Bösen machen auch keine Pause, wie sie wissen. Alles sauber! Obers, meine Soldaten! Große Taten warten auf uns! Große Taten? Irgendwie bin ich nicht so wild darauf, mich in den Geschichtsbüchern zu verewigen. Soll ich hier mal ein bisschen was machen, oder wie? Da kann ich gar nichts machen, toll. Tja, Mädels. Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Nö, nö. Hier wird auch nichts gemacht. Schalt euch das an. Hier hat jemand ein Skelett zurückgelassen. Wie wäre es, wenn wir es als Andenken mitnehmen? Ullmann, genug Scherze. Wenn wir zurück sind, werden Sie die Tunnels mit einer Zahnbürste putzen. Ja, mein Weih. Ja, ich hier, wie Sie sagen, mein General. Mein General. So gehört sich's. Hier kommt die erste Herausforderung. Artyom, lege die Schalter hier rum. Wenn er die Schalter meint. So, aus, jetzt, gell. Aus. Aus. Scheiße, was war das jetzt? Verdammt, verdammt. Ich gehe nicht. Ist zu dunkel und unheimlich da drin. Och, du geh, das macht ein Zwischen. Ich geh doch auch. Außerdem haben wir jetzt endlich mal alle gute Waffen. Scheiße! Pass auf, was du sagst, Soldat. Hat damit nichts zu tun. Ich bin reingetreten. In echte Scheiße. Das ist ein großes Zeichen. Wollte ich mir mal da gucken. Das ist kein Zeichen, sondern ein Omen. Wenn hier Scheiße liegt, muss es auch etwas geben, das sie hinterlassen hat. Stimmt. Lass mich auf meine Freunde gehen. Vladimir, du bleibst bei Artyom und ihr beide bleibt hinten. Okay, los geht's. Alles klar, komm mit. Kommt ihr? Hallo? Oh, Mann, Ach ne, der Omein ist, ich noch nie. So, plötzlich ist's. Da muss ich nicht mehr nachdenken. Blech. Ich meine, ich denke es auch nicht. Ich hab's mir gesagt, dass ich das jetzt muss. Haben die gerade, Antjeon, Hilfe gerufen? Ich hoff's mal ehrlich gesagt nicht, gell? Hier unten ist extrem dunkel und ich renne einfach vor und lass mein Team werden verrecken. Scheiße, und ich muss auch wieder zurück. Ja, ja, ihr braucht Hilfe. Ich bin mal wieder vorgerannt. Seid nicht böse auf mich, ich bin halt so. Ich komm doch, ich komm. Alles frei! Herr Oberst, ich kann in einer solchen Umgebung nicht kämpfen. Es stinkt so sehr, dass ich meinen Geruchssinn verloren habe. Ich wünschte, Sie würden diese albernen Witze sein lassen. Duos! Was? Lassen wir es krachen! Ach, halt die Klappe! Wir werden es schaffen! Werden sie es schaffen? Sorgig! So, hier ist alles sauber. So, lass mir mal meine Freunde gehen. Dankeschön! Warte! Warte! So, so viele Schuss habe ich auch nicht mehr. Scheiße! Ja toll, das sind die letzten gewesen, oder? Habe ich noch Schuss? Oh, ich habe noch Schuss. Oh, jetzt nicht mehr. Kann ich hier mal die neue Waffe probieren? Was macht der hier? Der will ja neben nachladen. Irgendwie bringt das ja nicht. Ja, warum lauft ihr nicht vor? My friends! Hallo! Ach, so Nachtsichtgeräte könnte ich eigentlich auch mal aufziehen. Scheiße, bin ich blöd. Kann hier die Taschenlampe ausmachen, sehe ich wesentlich mehr. Ja. Kommt ihr jetzt? Habe ich noch alles aufgeladen? Ja. Hallo! Mann, so viel vergeudeter Platz! So ein toller Ort, um Pilze zu züchten! Sehr gut, Pilze zu züchten. Das ist natürlich eine tolle Idee, mit dem Krieg. Würde ich auch mal. Wobei ich es echt nicht mag, hier durchs Nachtsichtgerät zu gucken. Das ist echt nicht so toll. Was los, Mädels? Ja, das ist dann halt so drauf. Was ist denn hier? Ich bin hier heftig geworden. Ich bin hier heftig geworden. Ich bin hier heftig geworden. Ich weiß nicht, was ich hier noch weiß. Hahaha. Fiege. Da muss ich wieder alle alleine machen. Na, 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 okay. naja ich kann ihn nur einmal sterben das stimmt anscheinend sind wir durch schaut mal was hinter dieser tür ist ich auch mal interessieren was da denn das mein freund warum stefan es reicht du kannst du nicht helfen stefan gehen wir diese bastarde wurde ich schwere dir dass sie keine ruhe finden werden solange ich lebe genau rache ist immer gut die höhlen es war ein verlust nach dem anderen und der tod eines jeden der dabei half meine heimatstation zu verteidigen war ein nadelstich in meinem herzen ja das ist schon echt bitte okay vor uns liegen eine pumpstation und ein abwasserteich wir müssen die tür öffnen er hat mir ein paar minuten okay los okay noch ein bisschen mehr finden wir irgendwas aus dem hässlichen aufzug patron hat man eben hier da oben kommen wir bestimmt nicht rein sehr gut ganz stolz auf dich oh hier hätten wir noch eine neue gasmaske auf uns ist ganz okay so, Gasmaske auf los geht's gar nicht wissen wer hier alles reingefurzt hat damit so ein Gas da drin ist oh man überprüfen sie den teich ich bekomme immer die interessantesten aufträge was so sieht es aus und man alles frei gehen wir scheiße ey was eine rotze hier unten drin liegt ist immer eklig ich müsste immer so schleichen ist das wasser so gut für uns naja aber hat er doch Pilze weiß gar nicht was er will was tun was tun wir jetzt weiter da unten ist der Durchgang unsere einzige Wahl wir müssen leise seien Er ist ein ACP Wo schüttest du meine Waffe? Boah, fuck! Toll, wirklich schüttest du meine Waffe? Nicht mehr Ja, Pony Boah Abstand Scheiße, ey, die ganzen Flücher gehen vor Nämlich nur ertränken hier unter Wasser Vorsicht, Alter Vor-Scheiße Feuer frei Was ist der Fall? Oh ja, Pony No da, da Muss Scheiße Sprengum Was ist der Fall? Es ist der Fall? Was? Wladimir ist gestorben. Er ist ein Wissenschaftler, kein Soldat. Sie sollen ihn folgen und ihn beschützen. Ach Gott. Was tun wir jetzt? Da unten ist ein Durchgang. Unsere einzige Wahl. Wo ist der Durchgang? Wir müssen leise sein. Dinosaurier sind hier. Boah, den muss ich beschließen. Boah, vor allem, hier passiert nichts. Besorgt nicht. Heißt du, dass du schreibst? Der ist ein Wissenschaftler gewesen. Ja, nachher. Komm, Messer. Messer ist manchmal echt gut. Bist du's Wissenschaftler? Kommt hierher. Ja, das ist... Ja, das ist... Vorsicht, Männer! Vor... Scheiße! Feuer frei! Oh, du brauchst mich doch nochmal rein, mein Mann. Na ja... Wie wird das denn? Jetzt ist's doch... Wie wird das denn? 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 Was wird das denn? Das nächste Mal packen, seht ihr in einer weiteren Folge, denn ich habe keine Lust mehr. Also, ciao.